Deutschlands beste Kassenzone 2024 Eine offene und angenehme Atmosphäre, so lautete das Fazit der Jury nach ihrem Stationsbesuch in der Avia-Tankstelle im niederbayerischen Eging am See. Die helle und übersichtliche Kassenzone der Tankstelle verfügt über einen Top-Seller-Ansatz, wurde vor rund drei Jahren komplett modernisiert und wirkt nun mit ihren Holztönen und einer freundlichen Beleuchtung besonders einladend. Die Kassenzone mit zwei Kassen besticht durch ihre klare Struktur mit gut erkennbaren Kategorien und angenehmen Lichtkennzeichnungen. Eine klare Blockbildung und Anordnung der Produkte nach Warengruppen und Segmenten gehören in der Avia-Station zum Standard. Auf 250 Quadratmetern verfügt die Avia-Tankstelle unter der Leitung von Inhaberin Doris Rieling außerdem über gemütlich gestaltete Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich. Ein ansprechendes Bistro-Angebot mit regionalen Produkten und ein ausgesprochen freundliches Personal verwöhnt die rund 600 Kunden pro Tag. Unsere Jury würdigt diese tolle Leistung der Avia-Tankstelle in Eging am See daher mit dem Titel Deutschlands beste Kassenzone 2024 in der Kategorie Tankstelle groß. Herzlichen Glückwunsch an Frau Rieling und das gesamte Kassenteam. Herzlichen Glückwunsch an Frau Rieling und die Ursachen wird am �is Über Griff-Köllsche. Herzlichen Glückwunsch an Frau Rieing an Frau Rieing reflexion про Poltienste Käsendanten. Herzlichen Glückwunsch an Frau Rieing an Frau Rieing an Paula Kohlein